Guten Tag, ihr seid auf dem Kanal Global Fashion Workshop Germany. Heute schauen wir uns eine fertige Bluse, die ich jetzt anhabe, an. Die Bluse wird von zugeknöpft. Ausgeführt ist sie aus Kryptischen und Chiffon. Beachtet bitte, wie schlicht der Schnitt ist. Im Laufe dieser Präsentation erkläre ich, warum ich ausgerechnet diesen Schnitt gewählt habe. Warum sollte man hier besser keine aufwändigen Details hinzufügen? Schleifen, Kragen und sonstiges. Ich brauche ein lakonisches Kleidungsstück. Aber gleichzeitig ist es auch langweilig, wenn es lakonisch ist. Darum haben wir dieses lakonische Kleidungsstück mit diesen fabelhaften Ärmel aus Chiffon aufgepeppt. Am Tisch werde ich die Ärmel weiter ausmessen und verrate sie euch, ebenfalls die Breite der Rüschen. Es wurde die einfachste Nähtechnik angewendet. Der Ärmel wurde selbstverständlich mit feiner französischer Naht vernäht. Eine Overlocknaht wäre hier nicht schön. Der Rest der Bluse ist komplett mit der Overlock versäubert. Wir haben hier die allereinfachste Nähtechnik angewendet. Belege sind auch mit der Overlock versäubert. Alles ganz einfach und ohne aufwändigen Elemente. Warum ich solche Bluse benötige, verrate ich euch gleich. Schaut, wie die Bluse aussieht. Nun werde ich euch erzählen, was ich über diesen Look denke und wofür ich ihn geschaffen habe. Begutachtet. Sehr schlichte Bluse aus Kryptischen mit Puffärmeln aus Chiffon mit Gummiband. Schaut, man muss diesem Look nichts mehr hinzufügen. Ich habe mich damit beschäftigt, wie man die gekaufte Kleidung. In diesem Fall ist es eine Twinset Jeans mit Pailletten. Ihr seht jetzt eine glamouröse Oma. Wie man diese Kleidung mit der selbst genähten Kleidung kombiniert. Manchmal ist es schwer, etwas Passendes zu kombinieren. Gekaufte Kleidung einer anständigen Marke und die selbst genähte Kleidung. Ich arbeite zur Zeit daran, die Sachen zu kombinieren. Ich habe versucht, einen Rock mit einem Top zu kombinieren und mit einem T-Shirt. Ihr habt sehr viele Kommentare hinterlassen unter dem Video. Ich hoffe, dass ihr alle auch heute eure Kommentare schreibt. Schreibt, was ihr von meinem heutigen Look haltet. Eine Jeans, die sehr gut sitzt und gut aussieht. Aber man kann dazu nicht alles tragen. Ich habe dazu bunte Crepe und die schönen Schartoffel angelegt. Aber nein, es bildet keinen vollständigen Look. Ich wollte eine beige Bluse nähen, aber das war auch nichts. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es nur schwarz passt. Aber wenn alles schwarz ist, da packt mich auch die Schwermut. All das habe ich mit fuchsierfarbigen Schuhen aufgepippt. Übrigens, dieser Absatz ist wohl der trendigste Absatz dieser Saison. So, so eine glamouröse Oma mit Pailletten und einer schlechten Bluse steht vor euch. Wohin werde ich in diesem Look gehen? Konkret diesen Look werde ich mit einem kleinen schwarzen Klatsch nächsten Samstag in einem argentinischen Restaurant tragen. Samstags ist dort immer Livemusik. Ich denke, ich werde sehr lakonisch aussehen und auch angemessen. Denn ich bin überzeugt, dass man in diesem Look sowohl einen Restaurant als auch ein Konzert oder sonstigen Anlass mit Livemusik besuchen kann. Ich denke, dass wir gut aussehen werden. Nun möchte ich die Bluse detaillierter vorführen. Der Brustabnähe. Es gibt keine Teilenabnähe. Der Überschuss wurde ein wenig an der Seitenhand abgetragen. Der Rest schauen wir uns auf dem Tisch ausführlich an. Die Bluse liegt auf dem Tisch. Lass uns zuerst über die Ärmel sprechen. Der Ärmel wurde mit französischer Naht vernäht, ohne die Overlocknaht. Die Ärmelbreite ist, ich messe aus, ca. 46-47 cm. Weiter unten ist der Ärmel noch weiter. Unten ist er 52 cm breit. Lass uns das Gummiband anschauen. Vier Gummibänder mit Abstand von 7 mm. Vier Gummibänder, das sind Latex Gummibänder. Die feinsten. Einfach die feinsten Gummibänder. Beim Anfassen spürt man sie kaum. Moskauer Naht. Die feinste Moskauer Naht. Zum Ärmel habe ich euch alles erzählt. Der Ärmel ist eingesteppt und mit der Overlock vernäht. Die Naht ist höchstens 5-6 mm breit und das feinste Garn wurde verwendet. Die Mädels haben wahrscheinlich das Garn für Chiffon gekauft und haben diese Naht damit verarbeitet. Das Garn ist wirklich sehr fein. Absolut fein. Beim Abtasten spürt man die Overlocknaht nicht. Des Weiteren, das Rückenteil ist ganz. Wir haben weder die Rückennaht gemacht, noch die Abnähe. Nichts. Die Bluse betont nicht alles am Körper. Beulen und Dellen oder sonstiges. Kripte Shin liegt einfach harmonisch auf dem Rücken. Wir haben auch keine Teilenabnähe gemacht. Das ist toll. Das verleiht einen Stil der Freiheit, Leichtigkeit. Der Stoff verhält sich auf dem Rücken locker. Die Bluse ist sehr komfortabel. So, weiter geht's. Nur der Brustabnäher. Das war's. Hier ist er. Der Saum wurde mit der geschlossenen Schnittkante umgeschlagen und vernäht. Das ist der Saum. Er wurde mit der Overlock nicht versäubert. Einfach mit der Nähmaschine abgesteppt. Auf der rechten Stoffseite sieht man die Naht. Genauso auch die Knopfleiste. Die Knopfleiste ist auch abgesteppt. Von rechts ist eine Naht zu sehen. Das ist eine sehr demokratische Bluse. Bis oben hin abgesteppt. Das war's. Hier haben wir Belege, hier ebenfalls. Ab und zu sind die Belege mit einem Blitzstich per Hand geheftet, damit die Belege sich nicht hochklappen. Alle Schnittkanten sind mit der Overlock versäubert. Beleg. Bis hierhin ist der Beleg mit der Overlock versäubert. Die Knopfleiste ist mit geschlossener Schnittkante vernäht. Könnt ihr sehen? Eine absolut schlichte Bluse. Stellt euch vor, wie oft sie mir aushelfen wird. Dank dieser Bluse habe ich diesen Look. Sie sieht sehr schön mit schwarzen Hosen aus. Ich überlege noch, was ich noch dazu anziehen kann. Ich denke, ich werde noch etwas Passendes zu der Bluse finden. Ich schätze, dass zum Herbst hin ich dazu einen schwarzen Stiftrock anziehen werde. Ich habe einen schwarzen Stiftrock aus weicher Wolle. Das wird natürlich nicht mehr so glamourös aussehen wie der glamourösen Jeans, aber es wird auch gut sein. Eventuell werde ich weiße Stiefel tragen. Mal sehen. Ich habe mit dieser Bluse noch viel vor. Ich denke, ich werde noch weitere Looks bilden. Ich bin begeistert. Ich habe mich gefreut, euch diese Bluse zeigen zu dürfen. Ich habe euch gezeigt, wie der Ärmel ausgeführt ist, wie das Innenleben ausgeführt ist. Es ist zwar schlicht, sieht aber sehr gütig aus. Wenn ihr derartige Bluse näht, so achtet auf diese Linie. Sie soll nicht eierförmig, rund und so weiter aussehen, aber auch nicht lineal gerade sein. Die Linie soll schon stilvoll sein. Das ist das Allerwichtigste. Wird mit großer Aufmerksamkeit der Schulter, also diesem Bereich. Davon hängt auch der Stil ab. Der Stil hängt davon ab, wie die Linie aussieht. Ist die Linie rund und geht nach innen ein, so ist das nicht mehr stilvoll. Dieser Bereich des Armloches muss absolut gerade sein. In der Rubrik Schneiderregel zum Stil sprechen wir über die Linien. Darum seid bitte aufmerksam. Bildet die Linien des Armloches richtig. Übt, an dem Ausschnitt zu arbeiten, so dass es stilvoll ist. Übt, die richtige Länge und Weite zu ermitteln, die richtige Weidenzugabe festzulegen. Dann werdet ihr viel Freude von euren Nähprojekten bekommen. Ich denke, ich habe heute sehr viel erzählt. Ich verabschiede mich, liked und teilt unsere Videos, erwerbt unsere Nähkurse. Alles Gute, mit euch waren Irina Paukste und unser ganzes Team.